. . . . . . Ich bin als vierte von fünf Kindern in Glarus geboren. Ich, die am Anfang am besten gesehen haben, war mit 22 bei dem Blinksi, mein Bruder mit 28 und meine Schwester mit 38. . 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 Ich habe 1999 das Atelier für die musikalische Improvisation gegründet. Zu mir kommen Kinder aus allen Schichten. Vor allem arbeiten Kinder. Jedes Kind kommt so daher, wie es ist. In unserer Begegnung kreieren wir die Musik, die zwischen uns klingt. Brava! Vielen Dank.